Der Tag des offenen Denkmals geht in die nächste Runde. Am Sonntag, den 8. September, ist es soweit. Dann gibt es auch im Branitzer Park etwas zu erleben. Um 11 Uhr stellt die Pückler Stiftung zum ersten Mal die restaurierte Parkschmiede vor. Mit einer einstündigen Führung zu den Themen Baugeschichte und Historie um Pückler und Branitz wird ein Sprung in die Vergangenheit gewagt. Anschließend wird zum Branitzer Weinfest eingeladen. Mit dabei ist auch die Industrie- und Handelskammer Cottbus. Ab 13 Uhr öffnen sich die Türen des Hauptgebäudes in der Goethe-Straße. Mit zwei Vorträgen und mehreren Rundgängen beleuchtet die Kammer ihre Geschichte. Im Fokus stehen dabei Umbruchszeiten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der NS-Zeit. Der Denkmalschutz wird den Besuchenden ebenfalls im Menschenrechtszentrum nähergebracht. Die Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus ist ab 13 Uhr geöffnet. Zu erleben gibt es ein buntes Programm mit Zeitzeugen und Kulturführungen, Mitmachstationen und Filmvorführungen. Der Tag des offenen Denkmals am 8. September ist also auch in Cottbus wieder die ideale Gelegenheit, sich über die Tätigkeiten der Denkmalpflege zu informieren.